GAMADON GAMADON Bereit um eine Eroberung Ninjagos? Mehr als bereit Sorry, was hast du eben gesagt? Was? Das am Schluss habe ich nicht verstanden. Ich habe nichts gesagt. Ich meine, ich habe gesagt mehr als bereit und dann habe ich aufgehört zu reden. Dad. Das heißt, mein eigener Sohn ist mein größter Feind. Oh Mann, das ist heftig. Ich habe feierlich geschworen, ich gründe die geheime Ninja fort. Seid ihr bereit, euer Leben zu riskieren? Für Ninjago. Ja, geht für mich klar. Also, unter Umständen. Garmadon! 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 Lauf! Ich steck fest. Du willst, dass ich mich rette, das weiß ich. Also, auf Wiedersehen. Ich verspreche dir, ich vergesse dich nie. Um das Versprechen habe ich dich nie gebeten. Komm zurück! Und ich weiß nicht, dass wir uns nicht lösen können. Hallo? Wer ist er denn? Lloyd Garmadon, dein Sohn. War wohl ein Hosentaschen-Anruf. Oh. Schon okay, Lloyd. Niemand hat perfekte Eltern. Ich meine, meine Mom ist schräg und sammelt am Strand Muscheln. Dein Dad macht Städte platt und greift unschuldige Leute an. Also, sie haben eben alle so ihre Macken. Ich kleine Musik, die in die Gesellschaft sind. Es ist ein weitantragost Work Conservator. www.狐ischesF túl aaaatradisch.de Villa hat's psychiatric